Ab ins Wasser mit dir. Oh, du kannst nicht schwimmen. Ja, das ist schlecht. Oh nein, das ist ein Riesen-Schatten-Dingsbums. Oh no! Oh, hier werden wir noch eine Zeit sein. Und hier sogar Waypoints sind. Wer ist das Geld? Butter. Sieben Butter. Zelda reibt sich jetzt mit Butter ein und macht only Hyrule. Ich weiß es doch auch nicht, was ich da sag. Fischlein, 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 da. Nam, nam, nam. Los, noch mal. Nam, nam, nam. Perfekt. Immer noch die Taste, die unten ist, drücken, um aufzutauchen. Es ist genau falsch, um einfach absolut unintuitiv lohnt sich das für die Parobine. Warum habe ich eigentlich diesen Billo-Premierball vor dem Namen? Weil du ein Jahr Sub bist. Ich mag den Premierball. Du musst halt länger Sub sein, dann gibt es auch einen Superball, dann einen Hyperball. Ich wollte mal mehr Bälle reinmachen, da war was. Erinnerst du mich dran? Wobei steht ihr schon in der To-Do-Liste? Fuck. Ich wollte vorher noch was in die To-Do-Liste schreiben, ich habe es schon wieder vergessen. Da ist der Bash for 12 Monate! Ein Ball, den man gratis bekommt! Ich habe hier noch ein schlechteres Gefühl, als bei den anderen Rissen. Sei vorsichtig, Zelda! Schloss Hyrule. Wegfreund registriert. Über die Karte kannst du dich ab jetzt. Teleportieren, blablablabla. Das ist halt länger Sub sein, könnt ihr euch schmutzigen. Weile Schlafzimmergespräche außerhalb des Streams führen. Wow! Nichts drin. Ah, deine Frechheit. Blumen, Nektar, Honig. Aber er hat dich damit gefangen. Ah, der Hai ist schlecht hier. Oh, den hatten wir noch nicht. Wer bist du? Ah, Schandengarde Level 2! Guck mal, hier ist der Level Zweier. Aber er ist halt schlechter als der Level Zweier, weil der hat ein Schild. Der macht zwar wahrscheinlich mehr Schaden, aber... Entschuldigung. Dave gibt mir schöne Bälle, was? Wait, 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 what? What did I dance? Für drei Monate im Voraus, Tobi? Uh! Dankeschön! Insgesamt 22 Monate. Vielen, vielen Dank. Aber er hat eine neue Tastatur, hat nur vier Stunden gedauert, die zusammenzusetzen. Also sie 2D selbst gedruckt. Oh, warte mal, das ist Zeldas Zimmer hier, ne? Oh. Mein Zimmer, mein ganzes Spielzeug. Drei Monate sind billiger als einer. Hm? Tobi ist 22 Monate ab und hat auch noch den Kack-Premierball. Ja, weil nicht 24. 24 ist halt mehr. Ja, ja, erinnere mich mal dran, dass ich da die mache. Ich hab das... Ich wollte das nämlich schon mal machen. Ich hab aber nicht mehr gefunden, wo ich die Badges ändere. Das war das Problem. Oh, da war das Papa. Ja, der Papa. Hier war dein Vater also die ganze Zeit über Zelda. Mach dir keine Sorgen. Wenn wir das schließen, wird er wieder unter den Lebenden zurückkehren. Der König bleibt verschwunden. Äh, aktualisiert. Warte mal. Aha! Ja, man hat ja was gesehen, dass da was war. Ich hab die Switches ausgetauscht und hab meine Keypaps mit Isopropanol gereinigt. Ja, da müsste ich auch mal wieder machen. Ja, drückt mich da schon seit zu lange davor. Ich hab jetzt vier Stream Deck Buttons. Ja, mehr. UG1. UG1. Oh, ja, ja. So, o... App. Welch Rätsel. Wow. Aha! Schattensoldaten. Wut? What? Na toll. Äh... Na ja, erst mal noch ne Zuberts. Ich bin Daves Trainer Da hast du aber einen ganz schön schlechten Job gemacht Wenn du mein Trainer sein willst Ich darf also Wie am Anfang des Spiels Nicht gesehen werden Ich sag ja Betten OP Wann geht das kaputt? Warte mal, wenn ich Dann halt so Ah, da haben Trauben drin Scheiße Da ist ein Loot drin Ja dann Aber warum laufen wir denn jetzt wirklich zurück? Das ist ja Da hat ein Telefon geklingelt Link ruft an Bitte bitte nicht Oh Gib das her Ah, das ist die Decke Okay Hop Hop Ach Gott ey Geh du mal da hin Okay Das ist halt wirklich die Zelle In der man gestartet ist Ne Ja Hier ist alles losgegangen Wer ist das? Oh äh Impa? Ne Doch Diese Frau Das ist doch die Die uns geholfen hat Als wir aus dem Schloss geflohen sind Sie wurde also auch vom Wiss verschluckt Damit wir das schließen Sollte sie wieder die Alte sein Das ist lustig Weil sie ist schon Die Alte Also Jetzt das Tutorial Buch lesen Hm Was ist denn das? Subtil Nintendo Sehr subtil Hm Ich bin Dave's Zerhinder Aber er hört nicht so ganz auf mich Ich muss erst die nächste Arena besiegen Nieserndwald Ja Hallo Frey Ich hab sogar geschrieben Warum du nicht auf mich hörst Aber Herr Streamer liest wieder nur die Hälfte Ich muss mich aufs Spiel konzentrieren Hallo Ja wenn du wirklich von Link angerufen wurdest Moment ist dann das Telefon angeschlossen Mit einem Link Kabel Hm Nachdem ich mich von der Prinzessin verabschiedet hatte Wurde ich von den Soldaten überwältigt Und in den Kerker geworfen Oh Es waren einfach zu viele So gerne hätte ich ihnen auch eine Lektion erteilt Mittlerweile hat mich mein Alter wohl doch noch eingeholt Aus meiner Zelle kann ich hören Dass sie fieberhaft nach der Prinzessin suchen Und das ist eine gute Nachricht Denn es bedeutet Dass sie sie Dass sie doch nicht gefunden wurde Zelda ist jetzt unsere einzige Hoffnung Die Soldaten unterhielten sich darüber Dass ein paar der Rüste verschwunden seien Ich nehme an Dies war das Werk der Prinzessin Doch gleichzeitig mache ich mir große Sorgen um sie Ist sie unverletzt? Wie wird sie all die Mühsal überstehen? Es schmerzt mich Dass ich ihr nicht mehr tun kann Als für sie zu beten Im Schloss ist irgendetwas vorgefallen Ist der Prinzessin etwas zugestoßen? Oder hat unser Feind einen neuerlichen Zug gemacht? Ich muss irgendwie entkommen Und der Prinzessin davon erzählen Ja gut danke Hast du ja Ah Da war eine Wand vorher Der war auch schon link Wenn man Zelda hat Es ist ja auch The Legend of Zelda Sie ist immer schon Die Heldin Die sich Gefangen nehmen hat lassen Für 100 Jahre eingesperrt war Das war immer schon ihr Werk Was hat Link je gemacht? Es würde ja sonst Legend of Link heißen Und nicht Legend of Zelda Von daher so toll kann dieser Link ja gar nicht sein Geh kämpfen Ich sag halt Der ist besser Ich bin schon im Weg Los Oh Schnitt Ich bin dann auch immer wohnen wie Zelda Viel Spaß beim Schlafplatz entdecken noch Äh So runter Kämpfen Nein Den da Den da Dann Fathers Hab mir wunderbar eine gute Nacht Sie ist unverletzt Ich hatte immer genug Betten dabei Richtig Die musste man sogar alle töten Ich hab die jetzt einfach nur aus Prinzip getötet Weil die da sind und mir den Weg versperren Und ich so ein Verhalten nicht gut heißen kann Sich mir in den Weg zu stellen Hallo Das ist der Todesschlafe gleich gesetzt Also Ja ja hier Oder noch Och nö Die Blut So So jetzt zuhauen Perfekt Mein Blut Oh Monsterstein Äh Äh Was mach ich mit dem Er hat elf davon Was können die so Oh was sind die für Viecher Ne Nimm doch den der hinter mir steht Ja ok Geh weg Du hast mir grad das Leben gerettet Und jetzt weg mit dir Achso Nur zuberts Ja ja Lass mich Da Ich geh looten Mehr Honig Honig wär eigentlich auch ne gute Idee Was ich hier noch kaufen müsste Was ist das denn Spiralkürbis Der ist neu Direkt konsumiert kann dieses Aha Aha Den hatten wir nun nicht Wow Mein Pokédex Äh Den hab ich hier nicht auf dem Board Ne Ich bin ganz brav Ja ja Chat Wenn irgendwann Ellie behauptet Sie wär ganz brav Ach du bist so einer Schnell Wende mich Was 95% Ja das stimmt nicht Es gibt ja jetzt über 1000 drin Das wurde noch nicht mit aktualisiert Ne Ich geb mir ein Luxusbett Es geht schneller Ähm Warte mal Gibt's hier nicht auch ne Karte Ja okay Echt ja ein Gen 9 ist er mit drin jetzt Etwas länger Aber der Command stimmt noch nicht ganz Deswegen Ich pack dir jetzt schon mal den Cursor wieder hier drauf Ja Der Leuchter ist hinter dem Gitter Weißt du noch Dass es möglich ist Echos auch weiter weg von dir zu erschaffen Ha Da ist die Lösung Für das von vorhin Gut dass wir das Spiel Das jetzt wieder sagen Ich werde dir das nicht gewusst Probier's mal aus Ha Das ist das was ich hätte tun müssen Vorhin Stimmt süß bin ich nicht Aber liebartig Und schüchtern Denn du schläfst Los Mach das weg Los Los Naja Ich seh schon Das wird nix Schüchtern Schüchtern Vielleicht Ja Da Ja Schüchtern Oh no Oh no Die Binschüchter Dann weißt du Nix Geht Achso Falsch Das Ah man Gab ich hier den anderen Dungeon Von vorhin zurück Oh was ist das Den kenn ich nicht Hier einen Sperrwerfer Da Einen Sperrwerfer Da Einen Sperrwerfer Da Äh Ja ja Ich stehe auf der Plattform Todesbläser Einäugiges Monster Das nicht viel tut Außer regelmäßig Alles in seiner Umgebung Weg zu pusten Okay Los Werft Ich werf schon Verdammt Okay Stich im Weg Stich im Weg Los Der Winkel Geht nicht auf Scheißernst Warte Ich setze den hier hin Und haut der einfach drauf Perfekt Ich muss mich da hoch Bauen Dödeln Ich dödel mich da hoch Das ist ein normales Wort Dödeln Ja okay Ähm Na Moment Aber richtig schwer Hm Warte mal Hä Ich hab dich ausgemacht Oh Ihr zündet euch wieder an Soviel zu der Spielerei Ja ja Hier Hau rauf Noch mehr Noch mehr Kommt ihr denn jetzt alle her Ich glaube ich muss da oben rein Das hier ist Optionaler Kram Erstmal so optionaler Kram Todesbläser So nur eine Nacht Aber die beste Die du je hattest Wenn man die Wind Dinge hier Ja Oh Schatzkiste Sehr schön Oh Ich kann hier drauf laufen Hm Her damit Gib Lohn Spiel Wie ist es Geld Ah Die Dungeon Karte Sehr schön Sehr schön Bei dir bin ich nicht mehr so schüchtern Aber es liegt daran Dass ich dich seit sieben Monaten an der Backe hab Sieben Monate schon Eieiei Wie halten wir das beide aus Das ist ein Quatsch Ich finde es eher erstaunlich Dass es erst sieben sind Um ehrlich zu sein Kommt mir vor Als würdest du schon viel länger Mir die Energie Aussaugen Äh Ich meine Hups Ich kann das Ich kann das einfach so Ich kann das einfach so Ich sprüche auch nicht lassen Das ist ganz schlimm Ey Gib 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 Okay Meine Frage Hat dir das Spiel Gerade das neue Monster gegeben Damit du es gegen die anderen seiner Art benutzen kannst Oder klappt es nicht Wer wie Was meinst du Also ich benutze Meistens immer die gleichen Dinge Die Es kann nicht alle Sachen benutzen Ich bin nur nicht Max Level Deswegen Ich bin mir jetzt aber auch Echt nicht mehr sicher Ob das vielleicht nicht Doch schon am Ende ist Und ich ganz super viel Vom Spiel ignoriere Aus Versehen Oh Bitte spezifiziere Welche Mobs Du genau meinst Troy Kann ich hier Oh 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 Gott Ah Ich kann Gegen Zum Beispiel Von dem hier Der Schwertmoblin Level 2 Den habe ich natürlich gemacht Ich musste den einmal besiegen Und habe wahrscheinlich Normale Schwertmoblins benutzt Also du kannst Ich kann aber den Todbläser Achso Ne die hatte ich schon lange Aber stimmt Man hätte den Todbläser Einsetzen können Der hätte diese Die Viecher runter gepustet Das wäre gegangen Wenn du das meinst Da habe ich aber nicht mal dran gedacht Also es ist Man kann sehr kreativ Ach nein Das ist wieder so ein Dunkelscheiß Habe ich da Bock drauf Nur der kann unter Wasser Und den kann ich mir nicht leisten Ja dann ist es wieder der Hai Hai und Bombenfisch Boom Boom Hm kleiner Hai Dümdüm Ha 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 Dümdümdüm Das ist überhaupt kein Ohrwurm Nein nein Kann Bombenhai hier Bombenhai Scheiße Wieso bist du denn jetzt so Hallo Geht nicht kaputt Oh Aber bei den Dingen Musste man Die Schwertform Kurz aktivieren Ne Hier war es Ja Einmal Pflicht kurz Ich benutze es nur Wenn es nicht anders geht Warte mal Ich habe hier eine Karte Ha ha Boom Hey wirklich Bloß Kackgeld in dem Spiel habe ich hier angefangen von wo komme ich denn bekommen von der rechten seite ja gut wenn ich die schadze da hab dann ich erinnere mich an etwas von ganz am anfang vom spiel nee nee oh mein gott noch mehr davon da ist nichts gesehen nichts gehört alles gut bitte laufen sie weiter er hat ganz kurz in die andere richtung angesetzt und dann ist ihm eingefallen warte mal in meinem schichtplan stand heute gegen den uhrzeigersinn wie da ist jetzt eine schadztruhe da ist jetzt ungünstig gelaufen sind wir ehrlich hätte besser gehen können wieso denn noch mehr so ich sag ja der ist super der hat jetzt alleine drei besiegt die an sich stehen wir haben stärker so nein ich bin hier wieder ganz am anfang das alles wie vorher alles gut noch weiter ne gott aha das ist wichtig ok ok warum wieso das denn ähm kleines was für dich als alter nintendo und dr hufe in welchem nintendo game kann ich meine zehnten doktor treffen mit dem nintendo game keine ahnung oh opel oh äh 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 Excuse me In dem nintendo game ne keine ahnung ich Ich weiß halt in den Lego-Spielen kannst du eine Doctor Who-Extension kaufen und da ist er mit drin natürlich dann aber ich glaube sogar 10, 11 und 12